3, April, Mai, Juli, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Sehr gut, jetzt möchte ich... Na, bitte nicht rausschreien. Sehr gut, Aaron. Du hast das gesagt. So, dann bitte. Ich nehme nur die Kinder dran, die ordentlich aufzeigen. Ich möchte bitte den... Den Emir. So, wir beginnen wieder. Wo? Wo beginnen wir? Bei welchem Monat? Wie heißt das Monat, wo wir beginnen? Ey, ich habe keinen Platz. Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Sehr gut. Ich kann...